Der beste Milchaufschäumer sollte nicht nur Ihrem Budget entsprechen, sondern auch auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sein. Hierbei sind vor allem die Art des Milchschäumers, dessen Verwendungszweck sowie die Reinigung von besonderer Wichtigkeit. Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Milchschäumertest. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der Melitta Milchaufschäumer 1014-02 ist ein elektrisch betriebenes Gerät mit Basisstation und verfügt über eine Leistung von 450 Watt. Der Behälter ist kabellos und das Gehäuse wurde aus Kunststoff gefertigt. Die gummierten Füße verhindern ein Verrutschen des Gerätes. Deckel und Rühreinsatz des elektrischen Milchaufschäumers sind herausnehmbar und der Behälter besitzt eine Antihaftbeschichtung, so wird das Anbrennen der Milch vermieden. Wie viele andere Milchaufschäume, schaltet auch dieses Modell sich nach dem Schäumvorgang selbstständig ab. Der Melitta Cremio Milchschäumer ist in drei Farben erhältlich, in Schwarz, Weiß und Silber. Er verfügt über zwei beleuchtete Bedi-Antasten, diese ermöglichen dem Nutzer die Wahl zwischen warmen und kalten Milchschaum und erwärmter Milch. Die Zubereitung ist daher sehr unkompliziert und im Handumdrehen lässt sich auf Knopfdruck feinpürriger Milchschaum erzeugen. Der Behälter ist hierbei mit maximal 250 ml Milch befüllbar. Diese Menge erzeugt etwa 150 ml Milchschaum. Auf Nummer 4 Dieser elektrische Milchaufschäumer verfügt über eine Milchkanne mit Henkel, einen durchsichtigen Kunststoffdeckel und eine Basisstationen, auf der die Milchkanne platziert wird. Besonders schön ist hierbei, dass es sich um ein kabelloses Gerät handelt, was die Nutzung deutlich flexibler werden lässt. Die Bedienung ist einfach. Der Klatronik MS3326 verfügt über eine Leistung von 600 Watt und insgesamt drei Funktionen, die mittels blau beleuchteter Knöpfe ausgewählt werden. Der Milchaufschäumer ermöglicht ein Kaltschäumen, Heißschäumen, sowie das Erhitzen und Rühren der Milch. Das Endergebnis überzeugt, es bildet sich ein besonders fester Schaum für Cappuccino und Latte Macchiato. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3 Der Philips Senseo Milchaufschäumer CA650010 besitzt einen elektrischen Antrieb. Das aus Kunststoff gefertigte Gehäuse des Milchaufschäumers vermittelt eine schöne Optik im Kaffeebecher-Design. Das Gerät verfügt über eine Antihaftbeschichtung und ist in vier unterschiedlichen Farben erhältlich, grün, rosa, weiß und schwarz. Der Aufbau ähnelt dem eines Wasserkochers, der Milchaufschäumer verfügt über eine Basisstationen, auf dieser wird der Milchbehälter platziert und sorgt für Erhitzung und gleichzeitiges Aufschäumen der Milch. Die einfache Eintastenbedienung ermöglicht das Erzeugen von Milchschaum auf Knopfdruck und nach dem Aufschäumen schaltet das Gerät selbstständig ab. Bereits nach zwei Minuten erhält der Nutzer einen sehr cremigen Milchschaum. Mit einer Füllmenge von 120 ml Milch, erzeugt das Gerät für Milchschaum für einen Latte Macchiato oder zwei Tassen Cappuccino. Der elektrische Milchaufschäumer kann sowohl heiß als auch kalt aufschäumen, der heiße Milchschaum erreicht hierbei eine Temperatur von etwa 70 Grad Celsius. Bei Nummer 2 Beim Bodo Milchschäumer 1446 bis 01 ist Muskelkraft gefragt. Dieser manuelle Milchaufschäumer schäumt die Milch mittels eines manuellen Rührstabs auf. Die Kanne besteht aus Glas und vermittelt einen sehr hochwertigen Eindruck. Optisch gesehen ist der manuelle Milchaufschäumer auf jeden Fall ein Hingucker. Die stabile Glaskanne ermöglicht ein Erhitzender Milch direkt auf dem Herd oder in der Mikrowelle. Der abnehmbare Decke besteht aus Kunststoff und ist mit einem Rührstab ausgestattet. Dieser erzeugt durch manuelle Auf- und Abwärtsbewegung kräftigen Schaum. Bis zu 250 ml Milch lassen sich im Behälter erhitzen und aufschäumen. Die Nutzer loben die hohe Effizienz und gute Qualität des Milchschaums. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Bei dem Severin Milchschäumer SM 9684 handelt es sich um ein Induktionsgerät. Dieses besteht aus einer Basisstation mit Milchkanne und Rühreinsätzen. Die Basisstation wurde aus Edelstahl und weißem Kunststoff gefertigt. Die Milchkanne besteht ebenso aus Edelstahl und verfügt über einen Kunststoffgriff, um Verbrennungen zu vermeiden. Unser bester Milchaufschäumer kann optisch definitiv schon einmal überzeugen, doch auch leistungstechnisch macht der Severin Milchaufschäumer einen hochwertigen Eindruck. Mit einer Leistung von 500 Watt erzeugt der hervorragenden cremigen Milchschaum. Die im Lieferumfang enthaltenen Rühreinsätze eignen sich nicht nur für die Erzeugung heißen Milchschaumes, sondern auch für kalten Milchschaum oder zur Erwärmung der Milch. Die Bedienung des Gerätes ist unkompliziert und ermöglicht ein sauberes und schnelles Aufschäumen der Milch. Die Induktionsmilchaufschäumer erzeugt besonders grobbohrigen Schaum für Cappuccino, glatte Macchiato oder Schokoladenspezialitäten mittels der unkomplizierten Einknopfbedienung. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen.